Eine sehr, sehr häufige Frage, die Sebastian und ich auf diesem Kanal hier gestellt bekommen, ist, welchen Vorreiniger kann ich denn oder soll ich denn verwenden, wenn ich ein versiegeltes Auto habe? Oder, hey, ich habe das Soft 99 Fusso Coat auf meinem Auto, kann ich das FX Protect Gravity verwenden? Oder, hey, ich habe das Neo Wax Nummer 2 auf meinem Auto, kann ich den Labokosmetiker Primus verwenden? Oder, hey, ich habe das ADBL Synthetic Spray Wax auf meinem Auto, kann ich den Sienna Gloss First verwenden? Und um diese Frage schnell, kurz, einfach und knapp zu beantworten, muss ich dir Folgendes sagen, wenn du diese Fragen stellst oder stellen musst, dann hast du etwas grundlegend in der Autopflege nicht verstanden. Ich weiß, das klang jetzt extrem hart und unfreundlich, aber das war gar nicht böse gemeint. Ich verlinke dir mal hier oben ein Video, in dem ich über Kompromisse in der Autopflege spreche. Ich fasse es dir aber an dieser Stelle nochmal kurz zusammen. Alle Autopflegeprodukte sind inhärent kompromissbehaftet. Alle. Wenn wir über Versiegelungen sprechen, dann gibt es ja solche, die besonders einfach in der Anwendung sind und auch problemlos in der Anwendung, wo wir keine Probleme mit Schlieren, mit Wolken, mit Ablüftzeiten oder sonst was haben. Diese Produkte halten aber in der Regel nicht so lange. Auf der anderen Seite haben wir Produkte, die sind extrem glatt und perlen schön ab und auch die halten nicht so lange. Oder wir haben ein Produkt, was sehr gut abperlt, lange hält, aber nicht glatt ist. Bei Versiegelungsprodukten ist es, glaube ich, dem meisten von uns klar, dass wir Kompromisse eingehen werden müssen. Wobei auch da gibt es immer wieder Fragen wie, ich hätte gerne ein Produkt, was ein Jahr lang hält, was extrem einfach in der Anwendung ist, was nichts kostet, was eine schöne Lackglätte und ein schönes Abperlverhalten mit sich bringt. Und auch da müssen wir sagen, das Produkt gibt es nicht. Bei den Polituren ist es, glaube ich, jedem von euch genauso klar. Eine Politur wird immer ein Kompromiss zwischen möglichst viel Lackabtrag oder Cut sein und einem möglichst schönen Finish. Ja, diese Polituren werden dank sich zerlegender Polierkörper, Aluminiumoxid, immer besser und die decken ein größeres Spektrum zwischen Cut und Finish ab. Es gibt aber noch keine Cutting-Politur, die extrem viel Lackabtrag hat, gleichzeitig aber das bestmögliche Finish, gibt es nicht, wird es auch wahrscheinlich nicht geben, weil das chemisch, physikalisch gar nicht möglich ist. Bei den Reinigern ist das Ganze ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber genau deswegen mache ich dieses Video. Jedes Mal, wenn Sebastian oder ich euch einen sogenannten Vorreiniger oder Citrus Pre-Wash oder Traffic Film Remover, das sind alles Namen für eigentlich die gleiche Kategorie von Produkten. Jedes Mal, wenn wir euch so ein Produkt zeigen und sagen, das ist gut, weil es sehr gut reinigt, weil das ist das, was diese Produkte machen sollen. Sie sollen gut reinigen. Sie sollen den ganzen Schmodder und Schmutz und Traffic Film und Grauschleier, alles, was wir auf dem Auto haben, runterwaschen. Jedes Mal, wenn wir euch so ein Produkt zeigen, in den letzten Monaten waren es vor allem der FX Protect Gravity oder auch der Stierna Gloss First, jedes Mal kommen dann die Fragen, hey, cool, kann ich den auf meinem Fuso-Code versiegelten Auto verwenden? Kann ich den verwenden, wenn ich das Auto mit ADBL-Synthetic Spray Wax versiegelt habe? Oder Sonax Brilliant Shine Detailer? Oder Sonax Ceramic Spray Versiegelung? Oder Sonax CC1? Oder Neowax Nummer 1 Wax? Oder Neowax Nummer 2 Wax? Oder Dodo Juice Scarlet Fever Wax? Und wenn ihr diese Frage stellen müsst, wie ich es euch vorher schon gesagt habe, dann habt ihr etwas nicht verstanden, nämlich, dass alle Produkte kompromissbehaftet sind. Diese Produkte hier sollen reinigen. Das ist ihre primäre Aufgabe. Diese Produkte werden nicht dafür entwickelt, dass sie schonend zu Versiegelungen sind. Und jetzt müssen wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen, aus Sicht eines Reinigers, jetzt versetzen wir uns mal in die Sicht von so einem Reiniger hier. Wir haben eine Aufgabe, wir sollen reinigen. Wie soll ich denn als Reiniger, wenn ich da jetzt auf den Lack auftreffe und mich durch den ganzen Schmutz durchkämpfen und ihn entfernen soll, wie soll ich denn unterscheiden, was ist Schmutz und was ist Versiegelung? Denn um es ganz klar zu sagen, viele natürliche Wachse, also wir sprechen hier von Kanauberwachs, Bienenwachs, Montanwachs, Kandejawachs, viele Öle, natürliche Frucht- oder Nussöle, die auch in solchen Wachsen oftmals sind, das ist aus Sicht des Reinigers Schmutz. Das sind Fette, das sind Öle und die soll ja so ein Produkt hier entfernen. Darum geht es ja. Ja, wenn wir in Richtung von Silikonen, Polymeren, also Polymerversiegelungen und insbesondere Keramikversiegelungen schauen, da reden wir aber gleich dann nochmal drüber, dann ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Aber aus Sicht des Reinigers ist eine Versiegelung, die auf dem Lack drauf liegt, auch etwas, was ich angreifen, was ich entfernen muss. Ich sage es nochmal, die primäre Aufgabe eines Vorreinigers ist die Reinigung und es ist nicht die primäre Aufgabe eines Vorreinigers, eine Versiegelung zu erhalten. Jetzt muss man hier einschieben und sagen, Versiegelungen werden aufgrund der Ansprüche von uns Konsumenten immer resistenter, gerade gegenüber Chemikalie und gerade die modernen Sprühversiegelungen, die Paint Seals im Englischen oder die Polymerversiegelungen, die sind schon verdammt resistent. Und es kann gut sein, dass wenn ihr da ein sehr resistentes Produkt habt, dass wenn ihr euch so ein Vorreiniger aufs Auto aufsprüht, dass die Versiegelung das wegsteckt. Das kann sein, nur ich wiederhole es nochmal, das ist nicht die Aufgabe dieser Produkte hier, die Versiegelung zu erhalten, es ist die Aufgabe, den Schmutz anzulösen. Und damit diese Produkte das können, sind sie alle alkalisch, sehr stark alkalisch, weil hier entsprechende Basen verwendet werden, weil hier entsprechende Tenside verwendet werden, die halt besonders gut reinigen. Und diesen Kompromiss zwischen extrem starker Reinigungsleistung, Fettlösekraft, Traffic Film anlösen, entfernen und gleichzeitig sicher für Versiegelungen sein, der ist eigentlich und streng genommen nicht möglich, wenn die Versiegelung, die ihr auf eurem Auto drauf habt, nicht resistent genug ist. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr euch diese Produkte hier anschauen, denn pH-neutrale Snowfoams, selbst wenn dieser Snowfoam leicht alkalisch ist, das sind Produkte, die wurden explizit für diesen Anwendungsfall gemacht. Die wurden gemacht, um versiegelte Autos sanft zu reinigen, indem sie euch den Schmutz zumindest mal anlösen, nicht komplett entfernen, sondern anlösen und einweichen, damit der Schmutz dann nachher bei der manuellen Wäsche mit dem Waschhandschuh und dem Autoshampoo-Reval einfacher runtergeht und ihr so eine möglichst geringe Belastung für eure Versiegelung habt, sowohl eine chemische als auch eine mechanische Belastung. Snowfoams, das sind die Produkte, die ihr euch anschauen solltet, wenn ihr ein versiegeltes Auto habt. Diese wurden dafür gemacht. Das sind Produkte, die hinsichtlich des Kompromisses zwischen Reinigungsleistung und versiegelungsschonenden Eigenschaften eher auf der Seite der versiegelungsschonenden Eigenschaften sind. Ganz klar, diese Produkte hier sind es nicht. Hier geht es um die Reinigungsleistung und ehrlich gesagt auch um nichts anderes. Ja, Sebastian und ich könnten jetzt hingehen und uns 15 verschiedene Versiegelungen auf eine Motorhaube auftragen. In Bezug auf den Sienna Gloss First habe ich das gemacht. Verlinke ich euch hier oben. Und dann könnten wir diese 15 verschiedenen Versiegelungen mit 50 verschiedenen Vorreinigern, die es auf dem Markt gibt, testen und euch dann so sagen, welche Vorreiniger tendenziell für welche Versiegelungen geeignet sind oder sie nicht sofort anlösen oder sogar entfernen. Nur, rechnet das mal selber nach. 15 verschiedene Versiegelungen mit 50 verschiedenen Vorreinigern zu kombinieren, das dauert. Das heißt, wir wären hier Wochen, wenn nicht sogar Monate oder Jahre lang damit beschäftigt, nur diese eine Sache zu überprüfen für jedes einzelne Produkt. Und vielleicht würde am Ende rauskommen, dass es einzelne Vorreiniger gibt, die ein bisschen sicherer sind. Nur dann kann ich euch garantieren, dann geht sofort wieder die Frage los, naja gut, der ist jetzt sicherer für Versiegelungen, aber er reinigt leider nicht ganz so gut wie andere Vorreiniger. Ist denn nicht der andere doch auch? Das Problem und auch ganz ehrlich, das Frustrierende für uns an diesen Fragen ist, dass sie signalisieren, dass ihr das grundlegende Problem nicht verstanden habt. Das sind keine Produkte, die dafür gedacht und gemacht sind, dass sie sicher für Versiegelungen sind. Punkt. Und kein Test dieser Welt wird darum herumführen. Denn auch wenn wir jetzt hier den Labokosmetiker Primus beispielsweise mit 15 verschiedenen Versiegelungen testen, wird es hundertprozentig und sofort in den Kommentaren unter diesem imaginären Video geben, die fragen, ja jetzt habt ihr aber diese eine Versiegelung nicht dabei gehabt, könnt ihr das nicht auch noch testen? Und diese auch noch. Und diese auch noch. Das ist eine Neverending Story, das ist eine Lebensaufgabe, die können wir nicht erbringen. Ich wiederhole es gerne. Vorreiniger sind nicht dafür gemacht, dass sie sicher für eure Versiegelungen sind. Wenn ihr ein versiegeltes Auto habt, holt euch pH-neutrale Snowfoams. Punkt. Wenn ihr ein keramikversiegeltes Auto habt, dann muss man sagen, Keramikversiegelungen sind von ihrer chemischen Resistenz her massiv besser aufgestellt, als jede andere Versiegelungsform, die es da draußen gibt. Auf einem keramikversiegelten Auto könnt ihr Vorreiniger zwischendurch auch mal verwenden. Aber auch hier muss man sagen, ein Vorreiniger mit pH-Werten von 11, 12, 13 oder 13,5 ist eine chemische Belastung für eine Keramikversiegelung. Auch eine Keramikversiegelung wird es euch danken und wird länger halten, wenn ihr sie schonend wascht. Ein ganz zentrales Prinzip in der Autopflege ist, dass wir nicht ständig mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wenn wir ein Auto haben, das keramikversiegelt ist, dann ist doch unser primäres Ziel, dass dieses Auto gar nicht erst so schmutzig wird, dass das hier überhaupt notwendig ist. Das gilt aber auch für jede andere Versiegelungsform. Warum versiegeln wir unsere Autos? Weil keine Versiegelung da draußen schützt uns vor Kratzer. Das Thema UV-Schutz ist auch ein ganz, ganz heikles, denn ich persönlich bin der Meinung und Überzeugung, den UV-Schutz stellt vor allem der Klarlag sicher. Keine Versiegelung, die wir uns da oben drauf schmieren. Und wenn eine Versiegelung all das nicht erfüllen kann, was bleibt denn da noch? Es ist der Effekt, dass wenn wir ein versiegeltes Auto haben, dass es länger sauber bleibt und dass die Reinigung einfacher wird. Wir brauchen diese starken Vorreiniger oder wir sollten diese starken Vorreiniger gar nicht brauchen, wenn wir unser Auto versiegelt haben. Das ist der zentrale Punkt, den man nicht verstanden hat, wenn man fragt, kann ich den Vorreiniger auf einem versiegelten Auto verwenden? Es sollte gar nicht nötig sein. pH-neutrale Snowfoams, pH-neutrale Auto-Shampoos. Das ist das, worauf ihr zurückgreifen solltet, wenn ihr ein versiegeltes Auto habt. Nochmal, das ist in keinster Weise böse gemeint. Ich bin auf eurer Seite. Ich verstehe hundertprozentig, warum ihr diese Frage stellt. Es geht um Abkürzungen. Ihr seht in dem Video, dass Sebastian und ich euch zeigen, dass wir einen Vorreiniger verwenden, der extrem gut funktioniert, der extrem gut reinigt. Und dann denkt ihr euch, naja, Moment mal, wieso kann ich mir denn jetzt nicht Zeit sparen, Arbeit sparen, Geld sparen, Produkt sparen, indem ich statt diesem Snowfoam, für den ich ja auch noch einen Pumpsprüher oder einen Schaumsprüher brauche, den ich mühsam jedes Mal aufpumpen muss, dann muss ich das ganze Auto einsprühen, dann muss ich fünf bis zehn Minuten warten, bis der gewirkt hat, dann muss ich ihn abspülen. Dann kann ich doch einfach diesen wunderbar funktionierenden Vorreiniger verwenden, wo schon ein Sprühkopf drauf ist, sprühe mir das Auto ein, warte ein, zwei, vielleicht fünf Minuten Spüle ab, und dann ist alles sauber und im besten Fall ist ja dann auch noch meine Versiegelung da. Und dann frage ich den Andreas und den Sebastian einfach mal, hey, funktioniert das denn auch? Wie gesagt, ich verstehe diesen Gedankengang absolut hundertprozentig. Aber nochmal, das Problem an dieser Frage ist einfach, dass ihr uns signalisiert, dass ihr dieses Grundprinzip der Autopflege nicht verstanden habt. Vorreiniger sollen reinigen, das ist ihre einzige Aufgabe. Vielleicht kann man auch sagen, sie sollen auch noch materialverträglich sein, sie sollen so weniger schädliche Inhaltsstoffe wie möglich haben, vielleicht. Aber es steht im Lastenheft von einem Vorreiniger an aller, allerletzter Stelle, wenn überhaupt, dass er sicher für Versiegelungen sein soll. Und deswegen alleine schon macht diese Frage keinen Sinn, egal um welchen Vorreiniger es sich handelt. Nochmal, das ist nicht böse gemeint. Ich habe dieses Video erstellt, weil diese Frage immer wieder kommt, weil sie für uns, wie gesagt, relativ frustrierend ist, weil sie aber auf einem ganz einfachen Prinzip in der Autopflege basiert, nämlich, dass alle Produkte kompromissbehaftet sind. Und das ist ein Kompromiss, den sollte man eigentlich verstehen, dass wenn man ein versiegeltes Auto hat, dann sollte die Reinigung eigentlich einfacher sein, dann sollte man nicht auf diese stark alkalischen Vorreiniger zurückgreifen müssen, sondern im pH-neutralen Bereich bleiben. Wenn das Video für euch hilfreich war, wenn ihr das jetzt besser verstanden habt, würde es uns sehr freuen, wenn ihr unseren Daumen nach oben da lasst. Unterstützt den Kanal gerne auch mit dem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! Bis zum nächsten Mal.